Jo Leute und damit Willkommst du zu Sparks Challenge mit dem Yolo Kopf dahinten Ja der müde ist aber so weit von Boah der hat so einen Knallgrad aber echt Ich kann nichts dafür Ne? Ne Du kannst immer was dafür Ne das Problem ist ja, hast du noch ein Zimmer, dann hast du Fenster zu und dann kommt noch natürlich das beste Krönung dazu Äh Heizung an Ja, welche Richtung bin ich daneben gerannt? Scheiße Hast du keinen Kompass mitgenommen? Äh Nein, Creeper Ohne Witz, ein Creeper in meinem Tiergehege Nein Doch Boah Ähm Okay, die habe ich auch schon mal gezüchtet Habe ich noch Weizen Was hast du gezüchtet? Creeper? Nein, keine Creeper So, Kühe hatte ich auch schon mal gezüchtet Das weiß ich Muss aber da lang, glaube ich, zurück Ja, da ist die fliegende Insel Da habe ich noch Weizen Boah Tö 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 Mein Gott, ich brauche jetzt noch Schweinchen und Hühner Hm So Das wird ja was sie zu finden Kühe habe ich jetzt auch Äh, Schweine und Kühe Hühner hatte ich gerade schon, jetzt suche ich noch eben die Schafe Weil ich die ja unbedingt killen musste Ey, warum dat denn? Weil ich Futter brauchte Ja, dat war wieder klar Du Gieriger, weißt du, dann mach dir doch paar Brote, weißt du Nein Ein Hühnchen habe ich schon Die Menschheit braucht Fleisch Also noch mehr Hühner, cool Ach Bitte zu deinem Haus bringen Nein Ähm, Hühner zieht's, ne? Naja Samen mit Pern Ich habe gar keine Ich habe gar keine dabei gehabt Oh Oh, Schafe Komm her Die Schafe sind immer noch da hinten Geil So Schafe, kommen wir bei ihm los Mhm So Schafe, schaffen wir das mal ein bisschen nach Hause zu kommen mit? Du hast eindeutig einen Schaden, aber kräftigen So wie du, ne? Nee Ich bin nur müde Ja, ich bin nur für dich Oh Nutz Füttern, füttern Los, popp' mal ne Runde Kommt ihr jetzt mit? Nein, geh rein Kommt mit Das ist geil, ich habe auf beide Füttern gedrückt, aber Nö, leck mich am Arsch, sagen die nur Ja, würd' ich auch sagen, bei deinem Gesicht Halt die Fresse Ist auch scharf, komm mit wo die 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 woodpecker sind sie noch war das nicht oder war das dieses pferd von toy story das war der specht nicht schlecht ich habe eine schlechte kindheit gab nicht glaube ich dir ich hab dich auch gern möchte ich nicht das war mir fast klar ich weiß kam mit wird dann und war schaf jetzt geht dann das schaf auch noch der weg holen oder was eine schaff zu dumm war berg hochzulatschen los popp ne runde hopp hopp da jetzt alles schweine fehlen nur noch okay wir fehlen auch noch pferde schaff wie genauso kam kommen lecker weizen lecker weizen und es ist ja nun gehegemachen als dieser nicht die mitnehmen jetzt bin jetzt der frau gehe zu machen weil ich keine achse mit habe und zweitens ja gut bäume sind vor mir und bei mir ist das viel zu weit weg die erstmal nach hause zu bringen dass der part schon zweimal zu ende und nein ist das eine schaf mit runter gekommen oder was warum war schafer wie um inkompetent seid ihr denn ohne jetzt und sei doch ja wie die kühe ne wisst du was ich mache jetzt hier einfach gehegen ne aber wie gesagt bis ich die zu hause habe dann sind zwei mal zwei parts genommen minimo ja minimo vier parts jetzt nachher vier minuten daran nur um die schafe auch zu bringen nein die müssen ja inkompetent sein sonst sind die schweine überall überall aber jetzt nachher ne ich mache mir erstmal nackst geht das etwas schneller ich schalte mal ein bisschen musik rum weißt du willst die schafe hochlocken auf den berg ne passiert nix dann gehen die schafe einfach wirklich automatisch auf den berg was soll das für eine verarsche hier keine ahnung boah dauert das eine stunde dauert das vier stunden bis die überhaupt reagieren wenn du fressen an das meine fresse manchmal tiere so ich glaube das reicht ja wenn du fäden wenn du schnüre hättest dann wäre es ja anders also die ja klar das wäre was anders das sind seile da aber nö aber hab mal erstmal slimeballs ja um die einzufangen und dann die richtigen strings dafür oh ey jetzt kommen die ganzen kühe ne aber keine schweine wo die wo die wo die wo die wo die ihr schafe kommt mal mit na wollt ihr leckeres weizen da kommt mal mit dafür verrecken die kühe jetzt aber oh ich habe eine e-mail bekommen ja hast du mir über heimlichen liebesrief geschrieben oder was äh ne los nicht komm schafe geht mal da rein schaaf schaaf achja solange ich zurückfinde gehe ich einfach in eine richtung an zeit ja irgendwann müssen da ja scheiß schweine auftauchen boah weißt du dann da hinten scheiß hitbox von den schafen ey ohne witz sind die dumm ey du weißt was ich das nächste dann geschafft hab ne ja ich weiß voll gemein ja ne das ist richtiger cheater ey aber richtig du weißt so wie du chunkfehler mhhh ist klar chunkfehler optifine und schuld nein optifine ich hab optifine noch gar nicht drin ja da chunks haben nicht geladen haben die bei mir auch nicht boah das ey wie dumm können eigentlich schafe sein komm siehst du doch nein geht doch einfach mal in das gehege oh ne man ne ich raste gleich wie dick aus mhm ohne witz da gehen die nicht ins gehege rein nein wir gehen ja außen rum durchs gehege mhm kommt mal mit das ist doch normal einfach nur umständlich alles machen ah nein nein so karotten kommt 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 schweini 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 ja schaf geht da rein schaf geht da rein schaf geht da rein jawohl schafe sind da rein boah seid ihr so behindert ihr schweine echt kommt rein komm 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 jetzt liebe gemacht willst du mich verarschen jawohl schafe sind auch geschafft hier sie Hasta hier die ihnen hier für zwei Wo die wo die nein wo die weg wo die wo die weg jetzt muss ich jetzt mal wieder rauskommen so in der nieder festung können gemacht mal 13 14 15 ist das schon alter nicht alle tiere pferde kühe schweine hühner schaffe folge 14 erledigt das also ruhig das wird der spieler dunkel so lange war ich unterwegs ja die zu suchen und schlafen 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 so dann war das sogar sogar wort den zucker eine gastrin habe ich ich habe ja schon zwei gastrin das kann ich auch schon irgendwie ist denn da gastrin und ender perle was denn nummer neun ist das was so für ein auge ja erstmal das aber ich habe auch so eine ender perle gefunden steht ja für den sammel ender perle und so weiter also da habe ich noch einen bogen habe ich noch eine pfeile ne äh äh feuer zu oh mein hey was ist denn sonst knochen oi und ein pilz war das ne was zucker und ein pilz und das auge ne ja irgendwelche reinfolge oder wie oder ich habe einfach nur nebeneinander es ist egal wie ich habe ein spinnenauge und ein pilz und ein zucker irgendwas passt hier nicht äh zucker pilz spinnenauge ja was für ein pilz ein brauner ja toll ein gefilz ja toll ich hab mir eher gewusst danke danke dass du mir das jetzt erstmal hakst na ja du hast doch die wiki auf na aber du hast doch vorhin da reingeguckt ja vorhin Aber jetzt grade nicht mehr ohne dumme Alterdem ah oh Er hat s' gesagt ach ja da 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 w Shen will endlich Schnee so Kürbysse wachsen Beziehungsweise hab da eben Knochenmehl drüber gejagt Ja Ich hab da keinen Bock drauf Hätte ich auch machen können, hatte ich aber keine Lust Weil der muss ja einfach nur Ja, bau nur einen Schneegolem, das könnte ich ja fast sogar schon machen Den Schnee hab ich ja schon Cool, ich nicht Haha Äh War das zwei Schneeblöcke? Ja, ne? Ja Warum sag ich dir das eigentlich? Hahaha, weil du ein netter Mensch bist Ey, das Problem ist den Schneegolem erstmal schön in die Wüste reinpfeffern Mhm Mach das Ich hab keine Ahnung, ne Wahl Warum sag ich das Schneegolem, aber tschüss Das ist mir ja relativ eigentlich egal Aber bevor das passiert, geh ich jetzt noch in die Hölle rein Mach das Nach ner Festung suchen Ich weiß ja sonst nicht, ich kann jetzt hier warten, bis der Kürbis fertig ist Könnte ich eigentlich auch Ich hab ja ne Festung So ist das dann nicht Ja, du, aber ich nicht Ja, aber ich Aber einfach wie du dann gecheatet hast einfach nur Ja, ja Ich bin mir hier auch Ich tue einfach hier in meinem Teich ein bisschen angeln Ja, ne Angel muss ich mir auch noch machen Und die Fische rausangeln Ja Cool, überall wo ich jetzt langlaufe finde ich Hühner mit einmal Okay, Fisch Ein Clownfisch Du bist ein Clownfisch, ja Das stimmt Clownfisch Jetzt packt das hier rum Was soll das? Ich hab ein Kürbis, ich hab ein Kürbis Kürbis, 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 Kürbis Achja, meine Schneeblöcke hab ich rausgepackt Na komm mal her Ich bin vergiftet So, jetzt holst du noch ein Köpfchen auf Und, okay, jetzt kriegt er Schaden Und er ist tot Aber ich hab ihn gebaut Ja, aber ob das wirklich zählt so Ja, warum? Bau einen Schneegolem Da steht nichts anderes Ja, sei ruhig Ich hab ihn gebaut Und der ist danach gestorben Kann ich doch nichts für Klar Weil man den auch so komisch da baut Dann ist das kein Wunderlass, doch verrückt Ich hab den doch Nähe von der Wüste nur gebaut Nur in der Nähe von der Wüste, ja, ist klar Stell dich bitte nicht an Doch, mache ich aber Ich kann nichts dafür Bin ja auch ein Cheater, aber ich die Chance ausnutze Ja, das ist, äh, das ist aber wirklich Cheaten Nee Wenn ich das zufällig sehe, ist das doch egal Ja, wenn ich das zufällig sehe Ich hab das ja nicht mit Absicht gemacht So, Fische, Fische, Fische Ich geh jetzt noch runter angeln, ohne Witz Welche Folge ist das bei dir, weißt du doch gerade? 15, hab ich doch gesagt 15? Okay, dann ist das bei mir 14 Was ist das? Ich vertraue dir gar nicht Oh, das ist 13 Ich glaube, ich verreck Ich glaube, bei mir ist das 13 Ah, nein, 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 nein Bitte, 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 tot Ha, ha Viel aus großer Höhe Boah, ich hab mein Bett ja hier genutzt Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin So, Fische, beißt mal ruhig an Oh, diese geilen Animationen dabei, hast du die schon mal gesehen, wie du angelst? Die neuen? Ja Gibt schon etwas geil aus Ach man ey, Zeit ist auch gleich um Ja Ach man, jetzt beißt doch an Ach ja Komm, einer kann nur anbeißen Hä? Was bin ich denn da? Gespawnt Ach so Ach ja, das Bett ist ja kaputt gewesen Stimmt ja Dann komm ich auch ganz richtig da hin Na komm, beißt die man noch schnell an Nein, 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 nein Okay Okay, wir müssen beenden Wir müssen beenden Ja, müssen wir auch Okay Ach okay Dann würde ich mal sagen Beenden wir hier die Aufnahme Und bis zum nächsten Mal Tschau, tschau Tschüss